Wagner, unser Plan hat sich sowieso geändert. Aber wir wissen doch noch gar nichts über den Luftaustausch der Algen. Dann beeilen Sie sich. Sie haben wenig Zeit. Wenn er draufkommt, könnte er die Proben zerstören. Commander Wagner. Was ist das? Unsere neue Flugroute für morgen. In der nördlichen Hemisphäre hat sich ein seltsamer Nebel gebildet. Keiner weiß, was das ist. Ground Control gibt Starterlaubnis. Seid ihr bereit? Sind wir. Rubicon ein bester zwei. Rubicon. Jensen, was ist los? Hey, 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 hey! Kampel, heiß dich immer mehr auf! Wir werden verglühen! Commander Wagner on Ground? Kann mich jemand hören? Sie sind alle tot. Dieser Nebel ist giftig. Wie lange können wir hier oben bleiben? Gehen Sie! Wir sind eine Gruppe von Überlebenden in einem Bunker. Falls noch irgendjemand daraus ist, bitte antworten. Oben alt werden? Nie die Erde sehen? Was für ein Leben ist das? Immerhin ein Leben. Wir haben eine moralische Verantwortung. Meine einzige moralische Verantwortung ist, dich und dich am Leben zu halten. Mehr nicht. Was ist, wenn das die letzten Menschen auf der Erde sind? Das ist größer als wir. Es ist keine Schande, wenn du dich um dich selbst kümmerst, Hanna. Du bist nicht schade. Untertitelung. BR 2018